Da hinten kann es nicht sein, da wird mir das ja nicht angezeigt. Ich gucke nochmal ganz kurz auf die Karte. Das ist eine echte Schatzsuche. Hm. Hm. Es muss hier drin sein, wir haben keinen anderen Weg rein als den hier. Die Gegner sollten ja alle weg sein. Das heißt, ich kann hier einfach durchrennen. Oh. Oder auch nicht. So, jetzt kann ich durchrennen. Hm. Tür. Ich gucke gerade gar nicht auf das, was ich mache. Hier sind Türen. Aber keine, mit denen ich etwas machen kann. Ja, jetzt gibt es hier den Dreckhaufen. Aber hier können wir nur hochlaufen. Und hier kann ich nur im Kreis nach... Weiter nach oben geht es nicht, oder? Nee. Das heißt, ich muss hier rein. Und an dem Würmchen vorbei, wieder nach oben. Ich weiß, ich bin jetzt schon ein paar Mal gewesen. Was ist mit dem Bild? Nix ist mit dem Bild. Okay. Okay. Nochmal kann der mich nicht trollen. Ey. Ja, da, da nach oben komme ich eh nicht hoch. Okay. Hier springen wieder die beiden Deppen hervor. So, jetzt sind wir hier. Hier wäre die Leiter nach oben. Und sonst nichts. Also wenn es ein Schlüssel ist, dann wird es ja wohl eine Tür mit Schlüssel Schloss sein. Noch höher komme ich nicht. Hier falle ich nur runter. Da oben war ich schon. Kann ich schon dahin kommen, wo das ist, oder geht das gar nicht? Hm. Ach, guck mal. Okay. Wir haben es eine Etage höher geschafft. Das ist über der kaputten Leiter. Hier sind die beiden Kisten. Ja, das ist nur irgend so ein Ding. Ich sehe hier auch nichts, wo ich irgendwie lang könnte. Hm. Ich kann nur wieder nach unten. Ja, und das hier kennen wir ja alles. Hm. Gleich soll ich noch mal mit dem Typen reden? Oder es gibt doch einen Weg außenrum? weil irgendwie ist ich habe diese Burg eigentlich echt gut abgesucht. Aua, das wollte ich nicht. Habe über geguckt, ob ich in der Luft noch mal dashen kann, um vielleicht auf den Turm hochzukommen. Kann ich mit dem Robotypen noch mal reden? Vielleicht. Sollte vielleicht nicht rückwärts über so ein Dings rennen. Weil hier komme ich ja wirklich überall nicht lang. Nee. Ist auch auf der Karte nichts angezeichnet. Gab es hier irgendwelche Tore, Türen? Durch das Fenster komme ich nicht rein. Gab es hier irgendwo ein Tor? Nein. Nein. Das ist alles das gleiche. Das ist auch wieder nur so ein komischer Torbogen. Wo war jetzt der Durchgang zu Pascalsdorf? Ich glaube hier. Ahem. Vielleicht kann der mir einen Tipp geben. Hallo Freund, hast du die Gerüchte über den Ort mit den Bäumen, Sträuchern und Blättern gehört. Über die Burg des ersten Roboter-Königs und den Schatz, der hinter Türen oder Toren oder Gräbern verschlossen ist. Und so fragst dich, was das bedeutet und wie gern würde ich selber alles herausfinden. Ja, toll. Das hilft mir nicht. Ich komme doch nirgendwo von hier aus auch nicht rein. Das hier ist das einzige Tor, was ich gesehen habe. Oder es geht irgendwann in der Burg noch weiter. Das glaube ich eigentlich nicht. Hm. Ich komme hier hoch. Oh fuck, da hinten ist eine Kiste. Really? 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 Boah, ist das ätzend, wenn man hier mal runterfällt. Oh ja. Puh. Du hast eine Waffe erhalten. Zypressenstock. Was ist denn der Zypressenstock? Okay, das hat sich aber richtig gelohnt. Waffen. Waffen. Kleine Schwerter. Zypressenstock. Dann gehen wir Waffen-Set 2. Kleine Schwerter. Zypressenstock. Das ist einfach nur ein 60 bis 80. Das ist ein Moveset wie alle kleinen Schwerter. Ja. Das ist doch eine totale Müllwaffe. Warte. Zypressenstock. Geschichte. Ein Stock aus Zypressenholz. Aufwachen, Leute. Heute ist ein besonderer Tag. Heute besuchst du zum ersten Mal die Burg. ruft meine Mutter aus vollem Hals. Verärgert krieche ich aus meinem Bett. Ruft meine Mutter aus vollem Hals. Seltsam. Es gibt hier noch den Weg. Aber ich meine der hat auch nur ins Nirwana geführt. gut. Äh. Nope. Hier ist eine unsichtbare Wand. verstanden. Abverstanden. Bin hier nicht erwünscht. Ach Gott dammit. Ihre Klamotten ultra schwarz direkt. Weil ich spawn ja zum Glück dahin wo ich hinspringen wollte. Oh hier liegt was. Oh da liegt was süßes. Ähm. So. Ja. Hm. Schatzsuche in der Burg. Das liegt hinter der Burg. Quasi am am weiter als der äußerste Rand. Hä. Ich guck mal was ich kann aber kartentechnisch komm ich da aber auch nicht hin oder? Ne ne ne. Ich lasse das erstmal. Ich glaube ich kann da noch gar nicht hin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber weil eigentlich habe ich nämlich alles untersucht in dieser komischen Burg. So. Wir müssen jetzt gleich nochmal in die Wüste. Vorher können wir noch den Revierkampf abgeben. Können jetzt gleich ein bisschen abgeben. Dann haben wir wenigstens mal wieder was auf der abgeschlossenen Seite. wieder zurück zu den richtigen Waffen wechseln. Richtige Buch haben wir ausgerüstet. Ah, die hatten alle noch ihre komischen Schutzschilder. Ungünstig. So, haben wir es dann. Ich mag das, dass sie so aufeinander sitzen. Das ist so befriedigend, wenn man dann von oben nach unten einmal durchschlägt. Oh, ich dachte, wir sind schon fertig. und tschüss. So. Nice. Jetzt müssen wir es nur noch zu unserem Tier Liebhaber zu beschaffen. Ich nehme ihn mir mal ganz dreist. Ich, äh, ignoriere die mal. So, der ist jetzt bestimmt angepisst, weil ich Tiere getötet habe. Ihr habt die Wildtiere ausgeschaltet. Vielen Dank. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, welche Stimme der hatte. Jetzt können wir hier in Frieden leben. Hier, bitte, nehmt dies. Tierköder, automatische Heilung, plus 5, volle Erholung und 10.000 Gold und tonweise Erfahrung. Weißt du etwas über die Maschine, die das Rudel anführte? Hm? Welche Maschine? Der Rudelanführer war ein Maschinenwesen, das offenbar glaubte, selbst ein Tier zu sein. Wir konnten nicht einmal mit ihm kommunizieren. Eine Maschine, die zu einem Tier geworden ist? Ich weiß nicht, wie das passiert sein könnte. Allerdings frage ich mich, was eine solche Maschine überhaupt noch von einem Tier unterscheidet. Hm. Revierkampf abgeschlossen. Die Maschine der Schleifung des Schleifung des Schleifung des Schleifung des Schleifung Das war lustig. Wo kommt das Wildschwein her? Keine Sorge Großer, ich tu dir nichts. Cool. Das geht einfach. Warte, wie geil. Ich dachte man muss sie vorher mit Tierköder zu machen, da hab ich mir noch gedacht. Ich hab mir gedacht man müsste irgendwie die Tiere vorher zähmen. Okay ich würde sagen wir reiten zu Annemone. Full Speed im Schweinskalopf. Das ist schöne Reitmusik. Trau doch mal schneller als ihr. Okay das ist das beste Spiel der Welt, ich kann ein Schwein reiten. Ich denke mal mit E steige ich ab. Ich kann nun mein Schwert leider nicht benutzen, während ich auf dem sitze. Ne kann ich nicht. Komm mit mir Schweinchen, über die Brücke. Das ist voll geil. Ich hoffe nur ich muss nicht irgendwo weit springen. Ich glaube wir müssen einen kleinen Umweg reiten. Sonst kann ich meinen Freund hier nicht mitnehmen. Na ihr. Aber das ist doch so ohne Zähmen und alles. Ja du kommst jetzt mit. Okay. Nein da ist der ultra laute Shop wieder. Boah nervt der. Geh weg. Lasst mich alle in Ruhe. Okay die beiden interessieren sich nicht für mich. Warum geht das? Warum sollte ein Androide ein Schwein reiten wollen? Ich glaube ich bin tatsächlich zu Fuß schneller. Aber ich will das Schwein mit ins Dorf nehmen. Das wohnt dann da. So. Hier ist unser toter Maschinenfreund. Hi. Na Leute was geht bei euch so. Fuck. Ich kam hier aber meine ich irgendwo lang oder? Irgendwo. Achja dazwischen nur genau. Armer großer Roboter. Okay gleich haben wir es geschafft. Ich glaube ich bin zu Fuß echt schneller. Ich bin zu Fuß. Ich bin zu Fuß. Ich bin zu Fuß. Ja. Ich bin zu Fuß. nichts mehr im Wege. Danke. Ich gebe dir Bescheid, wenn wir noch mehr brauchen. Zerrissenes Buch, mittlere Erholung, Naturcouch, großes G-Stück, Niederangriff, plus 3 Gold-Erfahrung. Ehrlich, ihr Yorha-Typen, seid schon was Besonderes. Naja, wir wollen ja nicht prahlen, aber wir sind hochmoderne Einheiten. Nicht wie die A2 oder andere alten... diese anderen alten Modell... A2? Angreifer Nummer 2. Du kennst sie? Nein, nicht... Tut mir leid, darf ich euch in meinen weiteren Gefallen bitten? Könnt ihr mir alle Informationen geben, die ihr über diese alte A2-Yorha-Einheit habt? Einfach alles? Das ist lustig. Wir haben selbst versucht, mehr darüber herauszufinden. Warum fragst du? Ich möchte nur einer Sache sicher gehen. Anemones Vergangenheit angenommen. Okay, was müssen wir jetzt machen? Aufgaben, aktive Aufgaben, Anemones Vergangenheit. Anemones scheint sich bei der Erwähnung von A2 an etwas erinnert zu haben. Ohne weitere Erklärung bittet ihm weitere Informationen über A2. Aber wo nur mit der Suche beginnen? Suche nach der Tür in der Waldburg zu dieser Schlüssel passt. Anemones Vergangenheit. Haben wir dann einen Wegpunkt für Anemones Vergangenheit? Wir haben da noch eine nicht angenommene Quest. Okay. Er des Teils können wir nicht machen. Emils Erinnerungen. Emils Erinnerungen nochmal. Nochmal Emils Erinnerungen. Und scheinbar haben wir in der Burg, äh, in der, in der Fabrik noch eine Quest. Ich glaube, wir haben noch einiges zu tun, oder? Also erstmal denke ich, können wir da hinreisen und Reisen mit Emils Erinnerungen machen. Zick. Was ist das? Das Wander an der Park... Ich hasse, dass das diese Karte die ganze Zeit dreht. Wie heißt das denn da? Park Attraktionenplatz. Ach, dann kriegen wir wieder coole Musik. Transport. Park Attraktionenplatz. Jo. Bringen Sie mich hin. Vielen Danke. Naja. Bin ich mal gespannt, wann wir herausfinden, wo wir Informationen über A2 herkriegen. Wir hätten ja schon mal das Video zeigen können, was wir aufgenommen haben. Dann weiß sie, wie A2 aussehen. Ja, wie A2 Einheiten aussehen. Wie ist das?